Wir als Orthopienien GmbH sind im Unternehmensverband, weil wir uns dort sehr gut beraten fühlen. Der Informationsgehalt ist für uns als Unternehmen in allen wirtschaftlichen, unternehmerischen Fragen sehr gut. Ehrlich gesagt, in erster Linie natürlich alle Themen, wenn es um arbeitsrechtliche Fragen geht. Da möchte ich auch nochmal Lob aussprechen an das Team vom Unternehmensverband, das uns hier doch schon sehr, sehr gut geholfen hat in der einen oder anderen Frage. Wir beschäftigen uns hier mit Propellern, wir konstruieren, fertigen Propeller, aber nicht nur das, sondern ganze Propulsion. Wir beschäftigen uns, dass für die kommerzielle Schifffahrt, als auch für den Jachtbau und für den Marineschiffbau oder Forschungsschiffe Besonderheit bei uns ist, wie Sie vielleicht schon mal vernommen haben und wofür uns der Unternehmensverband auch geehrt hat im Rahmen der Vergabe des Umweltpreises, ein Verstellpropeller mit Wasserhydraulik. Und wer dazu gern mehr wissen möchte, ist herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren.